So, es ist Podcast, meine Kerle. Wie habe ich es vermisst, das zu sagen? Und wie ich es auch vermisst habe, den Jean und den Hauke wieder hier zu haben. Guten Abend, Jean. Guten Abend, Hauke. Hallo, Micha. Hallo, Jean. Ja, Grüße aus dem Norden, in den Süden und in den Osten. Ja, guten Abend auch von mir. Schön, dass es wieder geklappt hat. Wobei, eigentlich bin ich ja der Part, der letzte Woche das verhindert hat. Aber schön, dass wir wieder beisammen sind. Und ja, für alle, die den Podcast nur hören, ein frohes, neues, glückliches Jahr. So ungefähr noch kann man das wünschen, denke ich. Ich hoffe. Ja, dass das geht. Also bis in, sagen wir mal, Juni rein kann man das schon nochmal machen. Bis in den Juni, ne? Dann sagt man einen guten Rutsch danach, habe ich gehört. Also Podcast-Zeitrechnung ist anders, dann geht das noch. Da ist es ja nicht so lang. Deswegen, deswegen alles cool. Ja, und herzlich willkommen und hallo an alle Zuseher, Zuhörer, live dabei, Seine, 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 Seine. Ach, das ist, das ist schon wieder schwierig. Genau, wir sind 2024 angekommen und ich würde ganz gerne mit euch so ein bisschen, ja, mit in die Kugel, in die Glaskugel schauen, gucken, was uns so erwartet. Das Jahr wird ja durchaus spannend, wenn man sich das mal so ein bisschen durchdenkt und die Voraussagen beziehungsweise Ankündigungen mal durchgeht. Welche Glaskugel hast du so vorbereitet? Also ich habe so in meine interne Glaskugel geguckt und sie war so ein bisschen bewölkt. Was sagt deine Glaskugel so? Uah, ich habe keine Glaskugel. Das ist mein Problem. Aber was wir auf jeden Fall ja sagen können, dass dieses Jahr keine Delian-Version erscheinen wird. Das ist ja schon was. Ist immer eine 50-50-Chance, würde ich sagen, aber ich glaube, dieses Jahr steht es gut, dass es nicht ist. Mhm. Ja, denke ich auch. Ja gut, wer hat denn sich schon also eine Nicht-Glaskugel irgendwo hingestellt? Oder vielleicht haben wir auch bloß eine virtuelle Glaskugel oder eine Glaskugel Merzen, die uns irgendwas geflüstert hat. Oder vielleicht ist es auch das Holzscheit, was uns was geflüstert hat. Kann ja alles sein. Also ich stelle einfach mal eine These in den Raum. Thesen sind ja da und vor allen Dingen Thesen, die in den Vornherein gestellt werden, dass sie gebrochen werden. Aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Red Hat beziehungsweise Fedora wieder irgendetwas, ich sag mal, verzapft oder ich sag mal, wieder den Zorn gewisser Linux-Nutzer auf sich zieht. In den letzten Jahren haben sie das immer wieder gemacht, wie beispielsweise mit Ascent OS, ist ja am Ende hinter Red Hat, sagen wir es mal so, wurde ja umgestellt, dann letztes Jahr, dass verschiedene Binaries beziehungsweise verschiedene Quellen von Binaries nicht mehr genau zur Verfügung gestellt werden, wodurch sie sich eigentlich nach und nach vom Open Source-Trend in gewisser Weise, jedenfalls was wir darunter verstehen, entfernen. Das ist ja, ich glaube, erst letztes Jahr so gewesen. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass Fedora sich oder Red Hat sich wieder dieses Jahr so einen Schnitzer leisten wird. Welcher, das weiß ich noch nicht, ja, aber vielleicht sehen sie, ich weiß nicht, Centaur Stream eventuell vielleicht ganz einstellen oder nutzen das wirklich welche? Aber gut, ich bin in dieser Welt eben nicht so drin. Ja, Fedora, mal schauen. Vielleicht Wayland-Only zum Ende des Jahres. Könnte ich mir auch vorstellen. Das ist jetzt so mein Punkt, den ich mir für Fedora oder Red Hat so vorstellen könnte. Geht ihr da mit oder habt ihr da, sagt ja, nee, Red Hat hier ist die neue Open Source-Firma, die werden das auf jeden Fall nicht machen. Oder wir brauchen da nichts erwarten. Hm. Also, ich weiß nicht, ob es Red Hat oder Fedora sein wird, aber irgendjemand wird irgendwie garantiert irgendwas wieder passieren, was überhaupt nicht cool ist. Ja. Also, wer dieses Streichholz diesmal zieht, weiß ich nicht, aber es wird garantiert dazu kommen. Sagen wir es mal so. Also, gerade beim Red Hat-Bereich, also, mir fällt aktuell jetzt eigentlich nichts ein, was sie jetzt noch schlechter machen könnten. Also, eigentlich die Community, die haben sie ja komplett vergrault. Das haben sie hingekriegt, also abgehakt. SendOS, das haben sie ja eigentlich auch abgewickelt. Also, das ist ja eigentlich nicht mehr ernsthaft zu sehen, als das, was es mal war. Und warum die Leute es eingesetzt haben. Also, ich wüsste jetzt, also, es fällt mir schwer, so kreativ zu denken, was könnte da jetzt noch, also, was sollte da jetzt noch, also, vielleicht könnten sie jetzt noch die Preise drastisch erhöhen oder den Move zu machen, wie für MWR, alle Partner rauszuschmeißen, wegzuekeln und irgendwie sowas. Aber ich glaube, dafür sind sie dann doch einen Tick zu schlau, dass sie sowas nicht machen. Aber ansonsten ist doch gar nicht mehr so viel, also, ist doch eigentlich gar nicht mehr viel nach dabei. Also, Konkurrenz haben sie sich ja sehr gut dadurch herangezüchtet, in vielfältiger Art und Weise. Von daher, was diese Open ELA Foundation, wie auch immer, dieser Zusammenschluss von mehreren Firmen, Oracle, SUSE und irgendwie noch ein paar andere, was die dieses Jahr zurecht kochen, also, ich denke, da kommt dieses Jahr eine neue Distribution, eine Enterprise-Distribution, die vielleicht den Stellenwert, vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr hat, was früher mal SendOS war. Ja, das war wohl auch nicht so ganz in Red Hats Sinne, dass sich das ergibt. Und von daher, ja, was wollen die jetzt noch weiter falsch machen? Hm, ein bisschen fies, aber ich... Ja, hast du eigentlich schon recht. Aber das ist ja schon eher Schwarzseherei. Ja, gehört auch dazu. Aber ich hätte noch was Positives. Oh, das ist immer gut. Ich denke, OpenSUSE wird eine neue Edition ankündigen. Das haben sie ja schon lang nicht mehr gemacht. Und ich finde, es ist dieses Jahr wieder Zeit. An der Zeit. Was war jetzt jetzt damit? Ein neues Stable-Point-Release oder...? Nee, nee, nur ankündigen. Also, wir haben ja in den letzten Jahren Slow-Roll gesehen, Micro-OS, ALP und so weiter. Ach so. Und ich glaube, OpenSUSE ist noch lang nicht fertig. Ich glaube, die können auch viel, viel, viel mehr. Ich gehe davon aus, dass wir eventuell wieder irgendeine neue Edition von OpenSUSE sehen werden. Ähm, ja. Und sie werden eventuell ihr Logo fertig anpassen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch eine Idee, was aus dem Logo-Contest geworden ist? Ne, ich habe ja, muss ich sagen, immer sehr belächelt. Beziehungsweise, ich sehe da nicht einen großen Sinn dahinter. Aber es könnte natürlich sein, ne? Gab es nicht als Vorschlag auch Chamäleon mit Dollarzeichen in den Augen? Oder haben wir das bloß rein interpretiert? Ja, sicher vielleicht, ja. Weiß ich nicht. Wir haben uns das doch irgendwann mal angeguckt in einem Livestream. Ja, genau. Aber Dollarzeichen gab es da nicht. Aber jedenfalls viele andere Sachen, ne? So eine Schnecke oder sowas für Slowroll. Das war schon, das war schon schick. Aber ich habe tatsächlich, äh, dieses Schnecken-Logo, äh, wiederverwendet in einem Thumbnail von mir. Und dann auch, äh, OpenSUSE ist das Logo vorgestellt. Aber ich finde, es erklärt sehr gut. Ja, ja. 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 Wie sieht es bei euch aus? Was für, ähm, 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 ja, ich sag mal, Ich sag mal, äh, ja, Träume oder, ähm, ich sag mal, Eingebungen sind euch in den letzten Tagen gekommen. So, das wird wahrscheinlich passieren in den nächsten, in diesem Jahr. Naja, es gibt ja, es gibt ja gewisse Fixpunkte, die eintreten werden. Ich sag nur, neue LTS-Version von Ubuntu. Ich muss sagen, im Gegensatz zu, also, äh, 2020, ich glaub, da war der Ubuntu-Release jedenfalls gefühlt für die User ziemlich verkackt. Der 22er-Release war relativ stabil, was ich so mitbekommen hab. Bin mal gespannt, wie's dieses Jahr wird, ne? Ob sie, ob sie 22 fortfahren oder sagen so, ja, nee, jetzt haben wir's einmal gut geschafft, jetzt können wir wieder ein bisschen studern. Ähm, bin ich sehr gespannt, ne? Weißt du das, was ich auch, ja? Nee, ich wollt nur sagen, ja, also, das, ja. Gucken wir uns an. Für mich ist ja wirklich interessanter, erstens, was trifft, oder was erhält alles Einzug in diese Version? Und was machen die ganzen Distributionen, die darauf, äh, basieren? Das ist ja einerseits, ähm, Linux Mint, was spannend wird, sag ich mal. Und für mich persönlich wird Pop-OS interessant, äh, wobei Pop-OS wird ja nicht direkt, äh, nach der Ubuntu-Version released werden. Das wird ja erst Sommer, Spätsommer so, ähm, ja, auskommen, zwecks, ähm, diesem Cosmic-Desktop. Bin ich sehr gespannt, wie der Pop, äh, wie der Cosmic-Desktop sich macht. Also, da bin ich ja gespannt wie ein Flitzebogen. Ambitioniert dran sind's auf jeden Fall noch, wenn man da so ein bisschen diesen System76-Block verfolgt. Ich denke, ich denke, sie werden's wahrscheinlich schon irgendwie hinbekommen, aber ich bin gespannt, in welcher, äh, in welcher Verfassung der Desktop sein wird. Und ob man ihn wirklich produktiv, verlässlich, langfristig nutzen kann. Viel wichtiger für mich ist die Frage, wenn ich auf, erfolgreich auf Pop-OS 24 geupgradet bin mit dieser Maschine hier, kann ich dann auch einfach den KDE-Desktop benutzen. Ich hab's nur versucht, hier auf der Maschine XFC zu installieren, hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen hab ich's bei KDE aufgegeben und dadurch, dass ja, ähm, die passende KDE-Version hier noch nicht drin ist, die ich gerne hätte, ähm, hab ich's auch gar nicht mit KDE ausprobiert. Aber das wird dann halt, äh, interessant für mich. Wie wird Pop-OS für mich persönlich? Ist es, ähm, ist es, ist der Cosmic-Desktop etwas? Dann bin ich noch ganz gespannt auf Linux Mint. Wobei, äh, das, was ich bis jetzt gelesen hab, es wird eher wieder nur so eine Evolution als eine Revolution, so gefühlt. Das ist es immer bei Linux Mint. Und Linux Mint hat zur 20.3er relativ viel, ähm, umgestellt. Vor allen Dingen im Untergrund. Das macht Linux Mint eigentlich häufiger, wenn man das so ein bisschen beobachtet. Beispielsweise die neue Cinnamon-Version kommt immer zu einer Punkt-3-Version raus, sagen wir's mal so. Jetzt sind wir bei Cinnamon 6, glaube ich. Äh, das macht Cinnamon eigentlich ziemlich schlau, ähm, oder Linux Mint ziemlich schlau, das Team, dass sie den Desktop, ähm, währenddessen die Basis stabil ist, groß hochziehen. Und, ähm, wenn die Basis sich wechselt, den Desktop aber relativ still lassen. Von daher, und sich halt dann auf diese, die anderen Sachen, ähm, ich sag mal, konzentrieren. Von daher gehe ich mal davon aus, ja, ne, wie du schon sagst, Linux Mint wird eher wieder eine Evolution anstatt eine Revolution. Ähm, aber das ist beispielsweise jetzt, was ich persönlich daran sehr, sehr mag, dass sie eben nicht immer alles, alle ein, zwei Jahre umschmeißen. Und das finde ich schon ziemlich gut. Ansonsten, der Uwe hat geschrieben, äh, diesmal ist aber sicher, ne, dieses Jahr wird das Jahr des Linux-Deskops. Aber sicher. Aber sicher doch. Also, wenn eins sicher ist, dann das. Ja. Ja, genau. Wir haben zwar schon wahrscheinlich 24 Jahre, ähm, in Folge das Jahr des Linux-Deskops, aber es bricht einfach nicht ab. Es ist nämlich immer, immer schön, immer schön. Also zum 25. müsste man wirklich so eine T-Shirt-Kollektion dazu machen. 25 Jahre. 25 Jahre. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Jahr des Linux-Deskops. Das ist eine ziemlich gute Idee. Schreib das mal schnell auf für den ersten Vierten. Ein Vierteljahrzehnt Linux-Desktop. Ein Vierteljahrzehnt das Jahr des Linux-Deskops. Oh, genau. Das wäre noch besser. Wo wir ja schon, ähm, hier bei Desktops waren, also an KDE Plasma wird jetzt ja auch wieder sehr, äh, vermehrt gearbeitet. Also Plasma 6, äh, weiß ich nicht, ob das dieses Jahr jetzt noch fertig wird. Wollen wir. Februar sogar, meine ich, ne? Ja. Ja, soll doch so stehen. Ja. Ja. Ja, schön, dass du selber die Brücke schlägst. Sonst hätte ich das angesprochen. Das hatte ich so mit auf meiner Stichpunktliste. Ah, das Release-Kandidate, den haben wir schon gehabt. Ja, ja, KDE, äh, die Jungs und Mädels da von KDE sind sehr, sehr ambitioniert, was das angeht. Wo ich auch gesagt habe, das habe ich aber auch, glaube ich, nur beiden so in, äh, offline mal gesagt. Also ich habe KDE lange Zeit, ähm, unterschätzt. Beziehungsweise, äh, ich habe dem den Rücken gekehrt und lange Zeit bin ich nicht wiedergekommen. Und jetzt habe ich es so testweise mal im Einsatz und ich muss sagen, KDE als Desktop-Environment unterschätzt. Wirklich unterschätzt. Also die Anpassungsfähigkeit und die Features, die drin sind, die vermisse ich so ein bisschen bei Gnomen. Hm. Auf jeden Fall. Von XFCE braucht man nicht reden. Die sind sehr konservativ, was das angeht. Obwohl die, äh, hoch anpassbar sind. Wenn man, ja, CSS und Ähnliches beherrscht, dann ja. Aber so benutzerführungstechnisch oder einfach anzuwenden, ist es nicht. Ähm, ja, von daher hat es mich überrascht. Also man kriegt echt sich eine schöne Arbeitsfläche und Workflow auch integriert. Und das Ganze eigentlich sogar im grafischen, ähm, ja, in der GUI. Das hat mich echt überrascht. Bei mir war das mal das Problem, dass der Desktop sich so verkonfigurieren ließ, dass er extrem viel Bugs geschmissen hat. Und jedenfalls war das meine KDE-Erfahrung immer. Das, aber muss ich zugeben, habe ich auch schon über fünf Jahre nicht mehr produktiv genutzt. Ähm, ja, weil, ja, ich weiß nicht, ne. Wenn man sich, äh, in eine Familie eingeordnet hat, dann nochmal umzuziehen, ist, glaube ich, doch eine große, große Hürde. Weil dann doch die, du hast ja ganz andere Programmsätze unter KDE, muss man sagen. Ist ja eigentlich fast wie eine eigene Distribution nochmal. Ja, aber mir ist wirklich aufgefallen, man müsste es echt, also man muss sich öfter zwingen, mal wieder andere Desktop-Environments zu benutzen. Ich habe es gemerkt, wo ich lange auf GNOME war, dann doch mal wieder zu meiner alten Liebe, sage ich mal, XFCE zurückgegangen bin. Und jetzt mit KDE, das hat mich positiv überrascht. Und wenn ich richtig wild bin, tue ich demnächst mal wieder Cinnamon ausprobieren. Wenn. Ich bin aber noch mit KDE beschäftigt. Ja, ja, deswegen. Ist eine Sache, ist eine Sache auf jeden Fall. Habt ihr euch eine Vorab-Version von dem Plasma 6 schon mal irgendwie angeguckt? Also ich noch nicht, von daher, Frage für mich selbst nicht vereinflusst. Ich habe es mir mal angeguckt. Nicht? Ja, allerdings so richtig viel Änderung habe ich nicht gesehen. Also ein paar verschiedene Features, die sie da angekündigt haben, ja. Aber ansonsten so eine riesen Änderung wie von Plasma 4 auf Plasma 5 habe ich jetzt nicht gesehen. Beziehungsweise für mich war diese Änderung sehr prägnant mit dem Breeze-Thema und so weiter, was sie da eingeführt haben zu Plasma 5. Und so jetzt große, richtig krasse Änderungen für das User-Interface habe ich jetzt nicht gesehen. Also es ist auch kein Unterschied wie GNOME 2 zu GNOME 3 oder so, wer sich daran noch erinnert. Ich würde sagen, eigentlich so viel neu gefühlt ist da nicht. Natürlich unter der Haube sehr, 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 sehr viel. Man stellt auf Qt 6, meine ich auch um. Und das ist halt eben ein großer, großer Punkt. Und verschiedene Programme werden auch nochmal angepasst. Aber gut, ich bin natürlich auch nicht in einem KDE-Game drin. Von daher habe ich da wahrscheinlich auch nicht jede einzelne Änderung direkt entdeckt. Aber jetzt so für den Außenstehenden ist eine Weiterentwicklung. Jetzt aber auch nicht unglaublich super viel. Wobei, ich muss sagen, ich habe reingeschaut, das war kurz vor Weihnachten. Also da ist jetzt eventuell wieder ein bisschen was passiert. Das ist denn ja noch, was stand hier? Kurz vor Weihnachten, Beta 2. Ja, genau, das könnte es ungefähr gewesen sein. Genau. War das schon stabil? Ich habe es nur, ich glaube, 20 Minuten mal reingeschnuppert. Aber das, was ich gesehen habe, hat eigentlich gut funktioniert. Also ich hatte jetzt keine großen Absturze oder sowas. Das hatte ich schon mal Schlimmeres bei anderen Desktops, würde ich sagen. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Also einige KDE-Versionen am Anfang, also die Vierer, die hatte ja doch wirklich sehr lange Startschwierigkeiten. Das ist so gar nicht gut gelaufen. Ja, also von daher, wenn sich das nicht wiederholt, wäre es ja schon mal ganz gut. Also könnte man sich irgendwann nochmal angucken. Absolut, absolut. Markus und Ingo schreiben? Ja. Du wolltest jetzt drauf eingehen. Gut, dann mach du. Markus und Ingo schreiben, Gnome, Vailand wird auch spannend. Ja. Das stimmt. Ich muss aufhören, dir ins Wort zu reden. Ich fall dir genauso ins Wort. Von daher, nee, jedenfalls bei Fedora ist ja jetzt in der neuen Version mit dem Plasma 6, haben sie schon angekündigt, wird es keine X-Org-Unterstützung mehr geben. Also nur noch in Vailand unter Gnome tun sie sich, was mein letzter Stand war, auf jeden Fall noch drüber beraten, ob sie noch weiter X-Org unterstützen oder Vailand wirklich nur noch unterstützen. In der neuen Fedora 40-Version müsste das sein, ne, ich meine. Ähm, aber von daher, ja, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall Fedora im Laufe dieses Jahres den X-Org-Support komplett einstellt, ne. Also, ich glaub, Ubuntu, da ist es geplant, jedenfalls bei Linux Mint ist es geplant, dass zu 2026 da dann X-Org komplett wegfällt. Ich gehe davon aus, dass es bei Ubuntu auch so sein wird oder dass da schon die Weichen gestellt sind im Hintergrund. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass Fedora da jetzt natürlich, die müssen ja auch ein bisschen vorziehen, dass sie da, äh, ich denke, schon dieses Jahr tatsächlich das wegmachen. Ich weiß noch nicht, ob der in der 40, aber ziemlich sicher in der 41 oder 42 dann allerspätestens. Nutzen zu Zeitgnomen? X-Org in Debian, schreibt Markus und Ingo, ja. Hast du dazu noch Ergänzung, Hauke? Ähm, also jetzt so, äh, konkret, nee, ich hätte jetzt gesagt, das ist ja ganz gut, wenn schon eine Distribution mal so ein bisschen vorausprescht und das mal in der Masse testet. Ich wollte es nämlich in die Richtung drücken, genau, gut. Okay, gut. Wir ergänzen uns mal wieder ideal, man denkt gar nicht, wir hätten eine Pause gehabt. Nee, also, wir werden ja alle vom selben KI-Netz gespeist mit den Informationen, von daher ist das, äh, also, das sind die einzelnen Strohpuppen hier, ne. Also, passt. Wir lesen hier eigentlich immer nur so einen Text ab, tatsächlich, ne. Ja, stimmt. Wisst ihr gar nicht, aber, ne. Manchmal ein bisschen Leseschwierigkeiten, aber ansonsten. Und dieses neuronale Netz ist sogar so gut von der KI her, die sagt mir sogar, wann ich jemanden unterbrechen muss, damit sich das noch natürlich anhört. Ach so. Richtig. So weit sind die Maschinen schon. Nee, Quatsch. Also, nicht als, ob wir jetzt so virtuelle Hände hochheben. Ich möchte jetzt mal sagen und dann sagt das Netzwerk hinterher, ja, jetzt darfst du auch. Nein. So machen wir das. Ja, also, ungefähr so. Ungefähr so. Aber nochmal wegen deinem Punkt zurück, Hauke. Wie steht ihr dazu, dass jetzt eine Distribution, in diesem Moment ist es ja Fedora, Red Hat irgendwo, wirklich explizit sagt, wir machen Wayland, um Wayland nach vorne zu bringen. Also, die erzwingen sozusagen die, die Nötigkeit Wayland so stabil zum Laufen zu kriegen, dass man es auch benutzen kann. Also, ja, die setzen da die Daumenschrauben an. Da will ich hin. So, jetzt. Ja. Ich denke, das ist ein Dilemma. Ähm, weil, äh, also klar, es muss irgendwie jetzt mal passieren. Das, ähm, kann ich ja schon nachvollziehen. Die Sache ist aber beispielsweise, ich als, äh, unter anderem auch App-Entwickler, hab dann wirklich Probleme, alle Features von Wayland direkt schon so zu nutzen, wie ich sie unter XOR genutzt hab, beziehungsweise alle Aktionen, die ich haben möchte, weil es die teilweise nicht gibt oder, ja, noch gar nicht entwickelt wurde dafür. Und das ist eine Schwierigkeit. Und ich glaube, da gibt's ganz viele, ich glaub, da nehm ich mich auch nicht aus, da, äh, ja, zieht man einen schwarzen Peter, beziehungsweise schiebt den schwarzen Peter dann in die andere Richtung hin, dann zu eventuell kleineren Bibliotheken, die eventuell oder sehr, sehr sicher, ähm, schon jahrelang nicht richtig betreut wurden. Und, äh, ich glaube, da ist noch relativ viel einzuholen. Von daher, ähm, ja, ich glaub, Rauch ist wahrscheinlich leider, ähm, so ein Vorstoß. Sonst, äh, ich glaub, sind wir immer noch sehr, sehr bequem da drauf. Ähm, ich hab, äh, ich glaub, in meinem Umkreis nur sehr wenig Leute, die standardmäßig Wayland nutzen. Ich glaub, ich kann's an einer Hand abzählen. Ähm, nutzt jemand von euch standardmäßig Wayland? Äh, kommt drauf an, wo. Also, äh, ich hab ein, äh, Tablet. Da, äh, hab ich wirklich bloß Wayland, weil das mit, äh, diesen Gesten dort, äh, funktioniert. Hat aber auch so einen, äh, Bug, den ich auch bei Wayland, äh, verorten würde. Als Zusammenspiel von Events und, äh, Grafikfehler, die irgendwann auftreten können. Äh, mal schneller, mal langsamer. Äh, äh, ja. Also, von daher finde ich gut, wenn Red Hat oder Fedora das jetzt einfach mal in der Masse testen. Das ist, äh, gut, um da genug Feedback zu tun. Und außerdem, da ich keinen, weder Red Hat benutze, noch aktuell irgendwelche, ähm, Klone oder, äh, dieses Red Hat Umfeld, einmal Linux, Rocky Linux und was da jetzt kommen wird. Äh, ich brauche es nicht. Von daher, äh, stehe ich so ein bisschen daneben, kann mir das angucken. Ich bin nicht aktiv davon betroffen. Finde ich eine gute Sache, wenn die mir jetzt, also, wenn ich jetzt ein aktiver Nutzer wäre und die reißen mir mein Arbeitsgerät, äh, und, äh, unterm Hintern weg. Dann wäre ich sehr vermufft. Also, wenn, äh, von heute auf morgen irgendwas dann nicht mehr geht. Also, Streaming, äh, oder vielmehr, ähm, das Abfilmen von, von Desktops und, äh, Fenstern, das funktioniert jetzt ja auch. Eine Zeit lang war das schwierig oder, äh, im Support-Bereich. Das ist auch nicht so einfach, äh, und, äh, ja, also, es hängt für mich nichts dran. Von daher kann ich das sehr entspannt sehen, wenn andere Leute da die Beta-Tester spielen und, äh, an das Wayland-Projekt die Informationen zurückgehen, also, Bug-Reports, hoffe ich, dass, dass die das dann daraus auch machen, dass die Probleme gelöst werden und dass wir dann vielleicht in, ja, diesem Jahr, im nächsten Jahr, übernächsten Jahr wirklich ein richtiges stabiles Wayland haben, wäre prinzipiell ja nicht, nicht verkehrt. Wenn es mindestens genauso gut ist wie die Funktion, die wir unter X-Org haben, dann ist das in Ordnung. Aber wenn nachher, ja, wir haben leider vergessen, hier das Steuer im Auto einzubauen, hm, ist irgendwie blöd. Und da sehe ich noch so ein paar Punkte, die einfach offen sind und die eigentlich jedes Mal, wenn, äh, wenn das wieder angesprochen wird, dann ist es, ja, nee, das brauchen wir ja nicht mehr. Aber einige Leute brauchen es wirklich. Also, so, äh, Support, da gibt es im Moment, glaube ich, noch nichts wirklich, was funktioniert. Oder als ich für mein Video, äh, versucht habe, dieses Tablet irgendwie, ähm, äh, abzufilmen oder sonst irgendwas reinzubringen, das war auch nicht so einfach. Also, mit verschiedenen Methoden, die unter X-Org funktioniert hätten, bin ich da gescheitert. Also, der letzte Punkt war dann, ähm, mit Firefox und Nextcloud, habe ich dann den Bildschirm abgefilmt, bis das Ding mir irgendwann eingefroren ist, so nach fünf Minuten. Also, falls ihr dieses Pleiten-Pech-und-Pan-Ding sehen wollt, also, ihr gebt bei mir ein Video im Kanal. Also, das ist, äh, noch nicht so wirklich, äh, super. Also, äh, einfrierendes System, also, ist, ich musste das Ding wirklich hart abschalten. Und sowas darf einfach nicht passieren. Und wenn jetzt die Red Hat-Leute, Fedora und Co., das zwangsweise ausprobieren müssen, vielleicht werden diese Probleme, äh, denn gelöst, weil die ja dann ja höchstwahrscheinlich häufiger auftreten, wenn man eine Größe Masse hat, die es einfach testen muss. Das ist eine gute Sache. Ja. Ich denke, bei sogenannten Casual-Systemen, also, jetzt, äh, Systeme, die, ähm, jetzt von keinen großen Power-Usern genutzt werden, wo man mal ein bisschen ins Internet geht, ein bisschen E-Mail macht, fertig. Ähm, das, da läuft Valen, denke ich, schon halbwegs gut. Aber vor allen Dingen, für Leute, die ein bisschen mehr machen wollen, die das wirklich als Arbeitsmaschine nehmen, dann wirst du, jedenfalls hab ich das bis jetzt bei eigentlich jedem gesehen, an irgendeiner Stelle an einen Punkt stoßen, wo es Sachen noch nicht richtig gibt, in Anführungszeichen implementiert sind, oder halt einfach nicht funktionieren. Und das ist ziemlich schade. Und ich glaube, da müssen wir uns, äh, doch nochmal, da müssen wir besser werden, sage ich mal. Ähm, und, äh, genau. Von daher, Valen hat ja schon, ähm, Ubuntu hat ja schon standardmäßig Valen drin, beispielsweise, Fedora hat ja auch schon länger standardmäßig Valen drin, ähm, aber, äh, ich denke, dadurch hat man in gewisser Weise diesen Umschwung oder diesen Übergang schon etwas abgeflacht. Natürlich ist es meiner Ansicht auch die richtige Handelsweise. Ähm, aber ich denke, die erste Distro, ich denke, Fedora wird's auch werden, und ich glaube auch dieses Jahr, ähm, die schränken sich natürlich nochmal ein von der Nutzerbasis, ne, wo dann doch andere Nutzer sagen, so, ja, gibst du nur noch Valen drauf, du, das ist mir noch ein bisschen zu heiß, ne, und von daher, ähm, genau, wird das, glaube ich, ziemlich spannend, aber ich denke, die Fedora-Nutzer sind es ja sowieso relativ gewohnt, äh, neue Technologien ganz am Anfang zu verwenden und, äh, da auch noch ein bisschen Hardcore, bisschen weiter reinzugehen, von daher denke ich, wird das schon ganz gut laufen. Und, äh, dann wird für Ubuntu 26.04, denke ich, dann auch der Weg geebnet sein, dann komplett auf, ähm, ja, xOrg zu verzichten, ne, dann brauchen sie das auch gar nicht mehr in den Snap packen, ist doch auch ganz nett. Wenn jemand das schafft, dann vermute ich aber, oder dann ist mein Favorit auch die Fedora-Community und das Fedora-Projekt an sich. Ähm, wir wissen ja vom Nobara, ähm, Distributor sozusagen oder vom Macher von Nobara, das ist ja nun mal jemand, der bei Red Hat arbeitet und das freizeittechnisch macht, ähm, dass da schon sehr viele Anpassungen in Wayland drin sind, die echt gut sind und auch, äh, für so, äh, ich sag mal, Content-Creator, wie wir es nun mal sind, auch schon fix drin sind. Ich, ich, ich hab da Bock drauf. Also, ich hoffe wirklich, dass da die Daumenschrauben angesetzt werden. Ich hab an sich Bock auf Wayland, wenn ich da nicht immer diese Negativerfahrung machen müsste, die mich abschrecken. Ja. Letztens, letztens wieder zum Jahreswechsel privat hier gemacht, äh, andere SSD eingebaut hier in, in diesen, äh, in diese Arbeitsmaschine, die ich hier grad benutze, Debian 12 installiert mit KDE und ich weiß nicht, was es ist oder warum es so ist. Frisch installiert Debian, was soll schon schiefgehen, denkt an sich, Neustart, ähm, Maschine bootet, man sieht sämtliche Dienste starten, bis es dann halt zum Start X käme. Da kommt aber nichts mehr. Dann hab ich erstmal rumgefummelt. Ihr könnt jetzt, äh, mal kurz eure Prognose reingeben. Wo war das Problem? Wayland. Genau. Wisst ihr auch, wisst ihr auch warum? Ich hab KDE installiert und ich weiß nicht, warum das so ist, äh, unter Debian 12. Ich hab's noch nicht reproduzieren können oder nachvollziehen können. Denn Debian sagt sich, oder zumindest bei meiner Installation sagt sich Debian, Default ist Wayland statt X.org. Wobei, nee, ich hab's reproduzieren können. Es ist der Default. Unter KDE ist der Default Wayland zurzeit. Ich hab's ja auf dem Notebook auch installiert und da ist, äh, da hatte ich auch Wayland als Default. Da hab ich's übrigens auch als, ähm, Standard drin. Also da funktioniert's, aber da mach ich auch noch nicht viel mit. Da war deine Antwort. Äh, und das Problem war einfach, der konnte den, äh, Displaymanager, äh, diesen Login-Manager unter Wayland nicht starten. Ich musste wirklich ein anderes TTY starten, mich anmelden, start X und dann ging das. Und jetzt ist der Genre weg, oder? Was ist hier los? Jetzt bin ich wieder da. Ach, jetzt bist du wieder da. Entschuldigung. Ich war kurz verunsichert. Ja. Da, da, da hab ich wieder so eine Negativerfahrung gemacht. Und das muss nicht sein. Ich hab, ich hab eigentlich Bock auf Wayland, weil's eigentlich die Evolution ist, die wir schon seit Jahren brauchen. Meiner Meinung nach. Wobei ich mir jetzt die Frage stelle, ja genau, was, was für Vorteile haben wir als Nutzer am Ende damit? Natürlich, wir haben ein paar schönere Gesten, aber ich glaub, das war's auch schon. Also so super viel. Wüsste ich jetzt persönlich aus meinem, ähm, Verhalten nicht. Natürlich auf der unteren Ebene, glaub ich, hast du schon noch mal coolere, ähm, Optionen, die du setzen kannst. Und, äh, du hast viel, viel mehr Sicherheit drunter, meine ich. Ähm, aber so jetzt für den reinen Nutzen her ist es, ich glaub, deswegen war's auch so, äh, oder ist dieser Umstieg auch so zähl, weil viele Nutzer ja eigentlich erst mal auf den ersten Blick nichts missen. Und ich glaube, das ist, ähm, so eine große Schwierigkeit dabei. Ähm, äh, gab das nicht dieses da, wie heißt das, also, was für Gamer irgendwie wichtig ist, die ist, dass, ähm, ein Bild, äh, so durchgerissen ist, wenn, wenn man hohe Frequenzen hat? Tearing, ja. Screen Tearing. Das ist, äh, äh, wo Veiland irgendwie besser mit umgehen kann? Ich glaube sogar gar nicht. Ich glaub, das macht die Grafikkarte, bin ich ehrlich. Also, äh, ich bin jetzt auch kein Veiland-Entwickler, aber ich geh da von stark auf und aus, dass er die Grafikkarte ist. Ähm, kann vielleicht mit reinspielen. Ähm, nicht, nicht ganz. Das ist so ein bisschen, ähm, Displaymanager, ne, nicht Displaymanager, was ist Veiland und X-Org? Doch, das ist ein Displaymanager, oder? Bin ich jetzt doof? Ja, genau, ja, ja, ne? Im weitesten Sinne absolut. Ja, das stimmt. Also, X-Org auf jeden Fall. Und, äh, Veiland ist genau genommen nur eine Displaymanager-Konvention. Nee, Display-Server. Oder? Was will ich denn raus? Client und Server, so, ähm ... Ja, Anzeige-Server, Anzeige-Server. Ja, genau. Das andere ist LightDM oder so was. Ja, genau, 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 Anzeige-Server, ja. Also, es ist ... Nach so einem Arbeitstag kommt man dann auch nicht mehr klar mit den Wörtern, schon. Ähm, das ist so ein bisschen, ähm, die Kombination aus Anzeige-Server und, äh, Treiber. Ähm, das ist nicht nur die Grafikkarte. Also, es ist eine Mischung aus beiden. Du kannst ja, ähm, unter X-Org, dieses Screen, äh, ne, Tier-Free im X-Org konfigurieren. Das kannst du auch im Veiland konfigurieren. Du kannst es aber auch über einen Grafikkartentreiber konfigurieren. Sofern du, ähm, den Proprietären benutzt. Übrigens, äh, NVIDIA, Novo-Treiber und Veiland funktioniert gar nicht. Das war mein Problem. Also, der hat die Open-Source-NVIDIA-Treiber installiert und da hat's nur noch, da hat's nur noch geknallt und da Veiland, da geht gar nichts bei mir. Das ist dann schwierig. Ja, das war leider schade. Hm. Ja. Aber es wird alles besser. Dieses Jahr. Ja, ich, mit Veiland wird alles besser. Ich denke, die Gesten sind nur der Anfang. Also, wo, ja, wobei Linux Mint, ich weiß nicht, das sind ja auch irgendwelche Schlawiner, ne, sagt man im Fränkischen, ähm, die haben jetzt ein, zwei Versionen davor, also jetzt, ich glaub, in der 21.2 haben die jetzt Gesten eingeführt unter X-Org. Natürlich sind die jetzt nicht so schön wie bei Veiland. Ich glaub, bei Veiland kann man schon ein bisschen mehr machen noch mal. Ähm, aber so Standard-Gesten gibt's jetzt schon unter, äh, äh, Linux Mint, obwohl es da noch gar kein Veiland gab. Aber natürlich, ich denke, die haben schon darauf vorgebaut, so, okay, also die haben jetzt ja auch Veiland auch mit der 21.3, ähm, optional eingeführt. Ich muss sagen, ich hab's noch nicht ausgetestet, ähm, jedenfalls real noch nicht ausgetestet. Ähm, und, äh, ja, ich denk, da wird das dann auch wahrscheinlich schön integriert sein. Aber sie haben jetzt auch so Gesten in X-Org. Natürlich jetzt nicht, nicht die, ähm, Menge, oder ich sag mal, ähm, ich glaub, das Coole, das Coolste ist im PDF reinzoomen mit dem Touchpad, ne. Ja, das find ich eigentlich das Coolste. Ich glaub, das geht unter Veiland und unter einem X-Org, da kannst du's vergessen. Das brauchst du nicht implementieren. Das sag ich mal so, ne. Ich glaub, das ist so der Unterschied. Kann ich leider nichts zu ergänzen. Ähm, mal abseits, äh, vom, das ist jetzt eine schlechte Überleitung, äh, mal abseits vom Desktop haben wir noch, äh, andere Voraussagen für dieses Jahr. Ja, habt ihr noch irgendwelche Tollen? Ja, eine Sache, die mich extrem interessieren wird, die auch dieses Jahr rauskommen wird, ist Open Media World 7. Die erste, der erste Release-Kandidat ist vor ein paar Tagen, ähm, released worden sozusagen. Also, man kann's antesten und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Auch das ist eher eine Revolution als jetzt eine Evolution. Das ist jetzt aber auch dort nicht, nicht wirklich nötig. Also, der Sprung von 5 zu 6 war die, äh, Revolution, die es gebraucht hat, zumindest in der UI und, ja, wird spannend. Also, ist ein schönes Projekt und da wird's dann interessant, wie ich das auf einem Raspberry Pi upgrade. Es gibt zwar jetzt ein Upgrade-Skript, aber ich glaube nicht, dass das dort der Entwickler, ähm, berücksichtigt hat, dass man das vielleicht auch auf dem Raspberry Pi zu laufen hat. Das wird dann halt für mich persönlich nochmal ein interessanter, äh, ein interessantes Projekt dieses Jahr. Also, von daher ist für deine Donnerstag-Streams ja gesorgt. Also, thematisch, äh, wird das vielleicht ein Mehrteiler? Sogar mal so ein Wochenend-Ding, also, uh, vielleicht sogar sowas. Je nachdem, hab ich gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, 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 ja. Kommt halt drauf an, äh, ob's beim ersten Mal klappt. Oder eben nicht. Ja. Hab ich witzigerweise gute Erfahrungen mitgemacht. Ich hab jetzt in den letzten Wochenenden teilweise mal wirklich durchgestreamt und, ähm, kam echt ordentlich weit dafür. Natürlich, muss ich sagen, danach war Montag echt ein bisschen die Luft raus. Woher nur? Ähm, aber, äh, ich kann's dir empfehlen. Ich kann's dir empfehlen. Wenn du nur auf Arbeit musst am Montag, dann ist, glaub ich, egal. Ja. Ist so nach dem Motto, ne? Also, es ist cool. Wir werden mal sehen. Gibt's sonst noch irgendwelche interessanten Sachen, die euch einfallen? Ähm, eine Sache hätte ich. Ja. Und zwar, ähm, ich denke, 2024 wird das Jahr von IPv6 auch noch zusätzlich. Linux-Destop und IPv6. Ganz ehrlich, hat jemand, also, wer von euch experimentiert mit IPv6 rum? Ich muss sagen, ich hab zwei linke Hände, wenn's in Richtung IPv6 geht. Ich hab noch nie was Großes damit gemacht. Beziehungsweise mal angefangen und relativ schnell gemerkt, so, nee. Also, ähm, hab ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Und so super einfach migrieren kann man das wohl nicht. Ähm, ich persönlich benutze es zu selten, um zu sagen, dass es mir leicht von der Hand geht. Aber ich benutze es. Also, ich sag jetzt nicht, oh Gott, das ist Teufelszeug. Da steht ja nur Kauderwelsch. Wo sind denn da die Zahlen? Ja. Was soll da ein A drin? Dein Spaß. Ja. Also, bei IPv6, da haben wir die 25 Jahre jetzt glatt gerissen. Also, es ist seit, äh, 1998 ein standardisiertes Verfahren. Und wir haben jetzt 2024. Also, da hätten wir letztes Jahr, äh, die T-Shirt-Edition draus machen müssen, ne? 25 Jahre, das meist, oder, keine Ahnung, 25 Jahre und, äh, das alleinige Protokoll überhaupt. Nee, da wäre besser gewesen, 25 Jahre und immer noch Neuland. Und immer noch Neuland, ja. Deutschland kann das toppen. Ähm, nee, aber, ähm, bezüglich IPv6, ich hab, ähm, meine erste und einzige Berührung hatte ich damit, als ich bei Hetzen einen neuen Server mir hochgezogen hab. Und da jetzt die Option stand, hey, wenn du IPv4 willst, musst du so und so viel Cent pro Monat mehr zahlen. Ich so, ach komm, ich sparfuchs. Ähm, ja, eine halbe Stunde später hab ich's dann dazu gebucht. Ähm, aber... Ja, also, ich hab, ich war meine einzige... Lass mich mal raten, nicht, weil du, äh, damit nicht zurechtgekommen bist, sondern weil du von einem Provider nicht draufgekommen bist, oder? Das kann auch sein. Also, ich konnte mich nicht mal per SSH einloggen. Hab dann 10, 15 Minuten runtergesucht und nix, so jedenfalls gefunden, was mir geholfen hat. Und dann gesagt, ach komm. Ja, aber ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Heute noch nicht. Ist mir noch auch egal, bin ich ehrlich. Also, da bin ich doch sehr... Ja, gerade was Deutschland angeht. Also, äh, der Pool an IPv4-Adressen ist bei uns deutlich höher als in anderen Ländern. Also, die haben sich, äh, also die Firmen haben sich vor sehr, sehr vielen Jahrzehnten mit den IP-Adressen doch gut eingedeckt. In anderen Ländern sieht das anders aus. Also, da gibt es sowieso ganz wenig IPv4-Adressen. Und, äh, naja, die sind dementsprechend auch teuer, beziehungsweise überhaupt nicht mehr verfügbar. Also, bei uns ist es eher so, naja, braucht man eigentlich nicht, ne? Für ein paar Cent kannst du es dazu buchen, wenn es nicht eh schon beim Server dran klebt. Und woanders musst du es wirklich teuer bezahlen oder kriegst es gar nicht mehr. Also, ja, es ist mehr oder weniger aus der Not geboren, wenn du es brauchst. Und in Firmen selbst habe ich es nie gesehen. Oder an einer Stelle habe ich es gesehen und da war das Routing irgendwie kaputt. Und, ähm, um das Problem zu lösen, wurde es abgeschaltet. Also, das war da so der Berührungspunkt damit. Das ging nicht. Oh, jetzt ist es aus. Ah, jetzt geht alles wieder. Und, hm, ja. Never touch a running system. Lass mal so. Ja, ich muss sagen, ich kann es verstehen. Ich kann es nachvollziehen. Aber, ja, ich glaube, das ist dann auch immer so eine Conversion, die wir dann irgendwann vor uns haben werden. Weil, ich denke, einfristig. Habt ihr das schon mal im Arbeitsalltag gehabt, dass IPv6, obwohl es schon so alt ist? Also, bei mir ist es so, ich konfiguriere es immer mit bei irgendwelchen Domains, damit einfach ein Vierfach-A-Eintrag dafür da ist, dass man das finden kann unter IPv6. Ich habe aber gesehen, dass manche Mail-Server einfach nicht klarkommen, wenn die Domäne nur IPv6 ist. Die kriegen das nicht aufgelöst, obwohl alles da ist. Und dass der Host auch IPv6 kann. Also, absolut, witzigerweise, wenn du an Gmail-Adressen schickst von deinem Mail-Server aus, musst du IPv6, oder jedenfalls musstest du eine ganz, ganz lange Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber letztes Jahr war es auf jeden Fall noch so, musst du IPv6 deaktivieren, weil der nämlich nur IPv4-Adressen zulässt. Witzigerweise. Ja, einfach, um Spam gewisserweise besser anzuhaben, weil bei IPv6 hast du noch viel, 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 viel Möglichkeiten und dann ist da kommend ein Feierabend. Von daher haben sie nur IPv4 zugelassen. Auch, ne, so ein großer Dienst noch, die ist eigentlich in gewisser Weise ja auch vorangehend, in, ich weiß ja, sehr, sehr häufig, aber, ähm, ja, nö, Google sagt auch nein. Jedenfalls letztes Jahr noch. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist. Ich habe es seitdem auch so drin gelassen. Ähm, ja, es kommen neben dem ganzen E-Mail-Thema, aber natürlich auch noch in verschiedenen anderen Protokollen und Programmen vor allen Dingen, dann doch noch ordentlich, ähm, Anpassungsbedarf, ne. Also, von daher, ich bin ehrlich, ich habe nicht vor, mich dieses Jahr mit IPv6 beschäftigen, außer ich muss es wirklich mal groß, ähm, Ja, aber irgendwann, irgendwann wird es, glaube ich, mal kommen, ne. Naja. Was, was vielleicht auch noch irgendwann kommen wird, vielleicht sogar noch irgendwo dieses Jahr, zumindest Release-Kandidat, ist BcacheFS. Also, ihr wisst das, meine Zuschauer wissen das, ich bin so ein Freund von Copy-and-Write-Dateisystemen und BcacheFS ist dann quasi so die, die, die nächste Evolutionsstufe vom, vom Copy-and-Write-Dateisystem. Da ist es halt wirklich interessant. Ja, FS macht das doch auch, oder? Äh, Bcache-Write. Ja, 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 ja. Das ist wie ZFS und Btrfs, das sind auch Copy-and-Write-Dateisysteme, das ist richtig, das System ist dasselbe. Beim BcacheFS, ähm, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, die sagen, die sind so sicher, also, dateisicher wie Btrfs Btrfs und so Leistungsstaat wie ZFS. Und so kompatibel wie X4, ne? Ne, was aber cool ist, ist der Bcache-Anteil. Also, wer Bcache kennt von früher, man konnte quasi zu bestehenden Raid-Systemen ein Bcache konfigurieren, oder, äh, ja, ein Bcache konfigurieren, und dann konnte man zu einem Festplatten-Rate, jetzt, sag ich mal, eine SSD als Cache quasi davor schalten, was ganz praktisch war, um nochmal mit wenig, äh, Hardware und Zeitaufwand nochmal mehr, ja, I.O.-Leistung rauszukriegen. Und das ist dann quasi dort mit drin, kann sogar noch adaptiv gucken, was wird oft benutzt, das bleibt im Bcache. In den Cache kann man quasi auch in einem Raid verwandeln, es wird die Eier legen, da wollen wir es auch. Also, es ist sehr, sehr ambitioniert, ich bin gespannt, und seitdem der Kernel 6.7 draußen ist, ist es dort das erste Mal mit im Kernel drin und quasi testbar. Irgendwann werde ich mir mal ein Arch Linux installieren und mal damit rumfummeln. Ich, ich hab mal eine Frage für, für ganz blöde Leute. Ja. Und zwar, ich verstehe eigentlich, also, was ich bis jetzt verstanden hab, der aktuelle Standard, in Anführungszeichen, ist Ext 4 vielleicht noch. Ähm, dann, was ich jetzt aber so eigentlich rausgehört hab, von vielen, vielen verschiedenen anderen Plattformen, dass eigentlich ButterFS der neue, große Standard wird unter Linux langfristig, weil das schon echt ganz coole Features hat, die Ext 4 einfach, ne, vergiss es. Also, ButterFS kann ja viel, viel mehr als nur diese, äh, Schnappschüsse, sag ich mal, ne. Ich, für mich war das ganz lange so, höchst, kann Schnappschüsse, nicht mehr, nicht weniger. Es kann auch viel, viel, viel mehr, also, äh, irgendwie kann es schlechte Bits erkennen und so weiter. Ähm, und dieses, ähm, Copy & Write, glaub ich, müsste ButterFS auch haben. Ich weiß nicht, ob's im Standard oder nicht. Ähm, aber jetzt... Ja, das ist ein Copy & Write-Date-System. Das ist, das ist die Grundlage. Also, das, das ist das Prinzip dahinter. Dann ist es, dann ist es die Grundlage, ja. Ne, aber, äh, was macht dann BcacheFS besser? Ne, also, weil ButterFS, glaub, kann das auch sogar mittlerweile mit, also, Rate-ähnlich, glaub ich, oder? Geht das mit ButterFS? Mit ZFS geht's ja. Bei ButterFS wisst ihr's jetzt nicht. ButterFS ist, äh, ist Rate mit drin, aber nicht jedes Rate-Level. Also, da ist bis heute nicht Rate 5, Rate 6, äh, stabil. Ähm, BcacheFS wird quasi noch mal so ein bisschen abstrakter. Also, du kannst wirklich, ähm, ich hab mich so ein bisschen reingelesen, es gibt Operationsmodi für verschiedene Rates. Das ist dieses Write, Write-Forward. Dann kannst du sagen, das ist der Cache, da wird zuerst reingeschrieben. Dann kannst du dazu noch ein zweites Rate anlegen in BcacheFS als Write-Back. Das ist dann quasi dein großes Datengrab, wo das dann, wenn Zeit dafür ist, aus dem schnellen Rate einfach dorthin geschrieben wird. Also, das ist alles, äh, sehr, sehr, äh, abstrakt gelöst. Äh, es sind so wirklich Evolutionsstufen, was so ein bisschen im Copy-and-Write-Datei-System angepasst wurde, verbessert wurde. Es ist auch da eine Evolution, nur noch eine sehr, ich sag mal, Alpha- oder wackelige Evolution. Aber es ist sehr ambitioniert und interessant. Also, ich hab ja schon mal von der Eierliegenden Wollemisau bei, äh, ButterFS gesprochen. Äh, BcacheFS, der setzt noch mal einen drauf, gefühlt. Okay. Ja gut, dann bin ich mal gespannt. Aber ich, äh, bin sowieso mal gespannt, wenn ButterFS Standard, ich sag mal, bei den Debian-basierten Systemen vielleicht wird. Bei Manjaro ist es ja schon, bei anderen auch. Und ich denk, langfristig wird das wahrscheinlich kommen. Ähm, ich denk, X4 ist dann doch langfristig ein bisschen das veraltet. Aber, wir müssen mal schauen. Ich glaub, 2024 wird das wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. Wer weiß. Wobei, solange Debian das nicht, na, wobei, Debian hat das sowieso das ganz am Ende drin, denk ich. Ne, Debian wartet ja, bis es stabil ist. Und dann wartet's ja noch mal ein bisschen länger. Ja. Mhm. Also, du kannst es jetzt ja schon verwenden, wenn du es willst. Also, weil es ist eh nicht standardmäßig vorgesehen. Genau, genau, genau. Ja. Wobei, man muss ja sagen, immer Stabilität hin und her. Ähm, Debian hatte ja letztens einen Bug drin, wo X-T4-Dateisysteme, äh, da konnte es zu Datenverlust kommen, witzigerweise. In, äh, Debiens Dable-Version. Ich hab's gesehen, mich gefreut. Hat sich gefreut. Weißt du warum? Die Debian-Werze sind jetzt auch mal im Arsch. Nee, nee, nee. Ich hab mich nur für mich gefreut. Weißt du warum? Ach so, okay. Mein Server läuft bei Debian of Butterfs. Ah. Noch viel besser, noch viel besser. Ja, stark, ja. Nee, ich muss sagen, ähm, ja, ist, äh, natürlich kritisch, ist kritisch, ne? Ich, ähm, hab bei allen meinen Servern eigentlich automatisierte Updates, von daher ist das dann auch automatisiert wieder rausgelaufen. aber, puh, ja, das ist schon, war schon eine heiße Kiste, bin ich ehrlich. Hätte ich jetzt auch unter dem Debian nicht erwartet. Ich glaub, Debian selber nicht. Debian war ja, also, wir haben ja zu dem Zeitpunkt blöderweise eine neue Debian, ähm, Punktversion rausgebracht. Ich glaub, war die Debian 12.3. Äh, das hat dann so, demnach dann dazu geführt, dass die, ich glaub, nach wenigen Stunden runtergenommen wurde und ich glaub, ein, zwei Tage später dann die Debian 12.4 schon rauskam, ja. Das, ähm, hätte ich, hätte ich nicht erwartet, ja. Ähm, aber gut, äh, Fehler passieren manchmal, aber, ähm, von daher immer Backups haben. Nicht unter X4. Nicht was beiseite, ja. Ach, nur für 32. War ja nur irgendein ganz, ganz spezieller Bug, aber es hätte halt passieren können, von daher. Also, bei mir hab ich noch gesehen, aha, die Kernel-Version, ach nee, du hast eine neuere. Ja, genau. Also, irgendwie bin ich so dran vorbei und pff. Ich glaub, ich, ich hoffe, ich hab's auch nirgendwo jetzt groß. Ich hab mir kurz, kurz gedacht oder an das Miemen gedacht, was uns mal ein Zuschauer geschickt hat, äh, wo Sauke Zitat da sind, nicht meine Baustelle. Oder war nicht meine Baustelle, dachte ich mir an dem Moment. Das war ganz passend. Äh, mir ist grad noch eingefallen, was BcacheFS, äh, noch besser zu ButterFS macht. Ähm, ButterFS hat noch keine native Möglichkeit zu verschlüsseln. BcacheFS soll sie haben. Aber, die ist so neu, das Verfahren, dass es noch gar nicht, ähm, wirklich in sämtlichen, ähm, Befehlssätzen von, von, ne, CPU-Befehlssätzen teilweise drin ist. Ach so. Das ist noch nicht hardwarenah implementiert. Die gibt's, das ist sehr neu, aber bis die Hardware dafür auch ausgelegt ist, so hab ich's zumindest gelesen, das dauert noch ein bisschen. Aber, das ist toll. Es ist möglich. Das heißt, in 50 Folgen wird's dann der Standard vom Dux-Flash. Ungefähr. So ungefähr. Sehr cool, freu ich mich. Äh, im Gegensatz dazu, X4 hat eine tiefe Verschlüsselung. Ja. Ist cool, absolut. Nie benutzt, das mach ich anders, aber es hätte es gegeben. Ist das nicht, also ist das nicht Lux oder ist das noch was anderes? Das ist noch was anderes. Nee, also X4 hat noch mal, also direkt drin im Dateisystem. Ja gut, wer braucht das? Nein. Aber wie alt ist denn dieser, wie alt ist denn die Verschlüsselung? Also, der Algorithmus, wie sicher ist das? Äh, das ist gegriffen. Ja. Na, sie brauchen schon eine Enigma, um das benutzen zu können, so gefühlt. Ja. Ja. Sehr cool. Ja gut, man lernt nie aus. Das stimmt. Gut, gut, gut. Wir haben heute ja so ein bisschen das Limit da, drei Minuten haben wir noch, so ungefähr. Jean hat noch drei Minuten. Ich habe noch drei Minuten, dann bin ich wieder weg.de. Da musst du schnell deinen Privatjet erreichen zum nächsten Meeting nach Honolulu oder so irgendwie. Nach Honolulu, genau, man kennt's, man kennt's. Ja. Ja. Wichtige Leute haben ständig was vor. Hm. Genau. Und auch Unwichtige manchmal, die sich nur für wichtig halten, natürlich. Ja. Ja, das ist der Trick dabei. Ja. Genau. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr mit eurer Zeit machen müsst, guckt doch einfach mal bei Saint of Sin auf Twitch vorbei. Oder bei, äh, Twitch bei, oh, äh, Linux Guides. Ich komme jetzt durcheinander, dadurch, dass du den neuen Kanal da hast. Genau, Linux Guides. Also Twitch Linux Guides, ne? Ähm, mindestens einmal in der Woche wird gestreamt, manchmal auch so spontan. Und wir haben programmiert noch relativ viel. Ähm, Linux Guides Admin auf YouTube jetzt ganz neu, ne? Neuer Zweitkanal. Ähm, ich habe so viele Videoideen, ich komme aber echt gerade schlecht dazu, Videos zu machen. Ähm, aber auch genau über dieses Thema wird es auch mal gehen, ne? Also so ein Meta-Meta-Video. Ähm, ja, also für alles, was zu technisch ist oder einfach nicht auf Linux Guides Kanal passt. Ähm, und natürlich aber auch nicht der weiße Letzter Schluss, ne? Was ja eigentlich bei jedem auch, ähm, da muss der Abo-Button grau sein, würde ich immer sagen, ja. Genau. Wobei die sind jetzt mittlerweile sowieso nur noch weiß und schwarz oder sowas, ne? Manchmal irgendwie verabschiedet sich YouTube manchmal von diesem Standard rot und grau, wie du es früher beim Abonnieren hattest. Im Dark Theme hast du nur noch so einen Regenbogen, der irgendwie so ein bisschen dann sich ein bisschen dreht und dann so, hey, man hat abonniert und ist auf einem Regenbogen-Trip oder sowas, weiß ich nicht, aber hey. Ja. Okay. Das heißt, du brauchst keine Pillen mehr, sondern musst du nur den Abo-Button drücken. So ist das. Hm, Ja, verrückt. Genau. Da bedanke ich mich ganz herzlich für den Austausch. Ähm, ich würde mich ausklicken, ihr macht noch weiter oder wie sieht es bei euch aus? Ich, ich hätte jetzt die Art-Mod weitergemacht, also du kannst noch ein paar Sekunden drin bleiben, wenn du das möchtest. Also, das wäre sonst ein sehr abruptes Ende. Ne, äh, dementsprechend, soll sich ja nicht einspielen, dass Jean immer mittendrin weg muss. Ja. Ähm, dementsprechend machen wir jetzt Schluss. Ich fand's, äh, sehr schön, dass wir mal vorausgeblickt haben in dieses Jahr. Tuxflash ist wieder da, wird jetzt wieder, äh, in der gewohnten Zeit erscheinen. Und, ja, ich bedanke mich für alle, die dabei waren, die sich rege ausgetauscht haben, auf Twitch, äh, YouTube und auf Lenus Geiz live. Und natürlich ganz, äh, besonders bedanke ich mich wieder bei euch beiden, fürs Dabeisein. Und später an alle Zuhörer. Spotify, kommt ja auch noch. Ich, ich freue mich auf die Reaction dann am Ende des Jahres, wo wir dann drauf reagieren werden, ob unsere, äh, äh, Voraussagen eingetroffen sind. Aber natürlich alle. Aber natürlich alle. Das Jahr des Linux-Desktops, jetzt aber auch wirklich. Da müssen wir irgendwie sonst irgendwie auch spielen. Das stimmt in der Tat. Ja. Nee, zum Jahresende dann Bingo spielen, was davon eingetreten ist, was wir heute besprochen haben. Und dann mal gucken, wer als erstes Bingo ruft. Oder dann zu den Kilux- oder Tux-Tagen. Haben wir völlig bei Ersen. Das, das sind ja auch Sachen, die eintreten werden. Stimmt. Das stimmt in der Tat. Sehr sichere Voraussage, ne? Eigentlich. Eigentlich. Ich denke, es wird passieren. Ja, denke ich auch. Man weiß ja nie. Aber ich denke schon, ne? eine relativ sichere Wette. Denke ich auch. In diesem Sinne machen wir es mal nicht länger, als es, äh, nötig ist. Genau. Ich sag tschüss.